Hallo, hier bin ich wieder, euer Kochstar Kingsnight. Bereitet euch wieder euer Game Over vor. Heute im Video Spaghetti, Spargel, Lachs, Pasta à la Crema. Braucht ihr alles für eure Zubereitung? Bei jeder Vorbereitung, immer gut die Hände waschen. Fügt euren Topf mit heißem Wasser auf. Schmeißt eure Herdplatte an. Dann macht ihr euren Topf auf die Herdplatte. Dann fügen wir eine Prise Salz hinzu. Schneidet ihr eure rote Zwiebel. Da hacke ich sie noch ein bisschen. Dann schälen wir unsere Spargel. Dann mache ich die Spargel ins heiße Wasser. Dann habe ich meinen Lachs geschnitten. Dann habe ich noch meinen Spargel in Stücke geschnitten. Dann mache ich meine Spaghetti ins heiße Wasser. Meißsäure Herdplatte an. Braten wir unsere Zwiebeln und Spargel an. Dann schneidet ihr noch eine Limette. Dann fügen wir noch unseren Lachs. Dann geben wir auch noch unsere Limette dazu. Kochwasser. Creme Frosch. Dann gebe ich noch meine Gewürze hinzu. Dann machen wir unsere Spaghetti rein und vermischen das Ganze. Dann geben wir noch ein bisschen Parmesan hinzu. Da hacke ich noch eine Petersilie. Die geben ihr ebenfalls in die Pfanne hinzu. Dann schaue ich das Rezept auf den Tisch. Frisch und lecker und Mahlzeit meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen angenehmen, entspannten Samstag. Also habe ich noch eine Anrufe. Untertitelung des ZDF, 2020